Kraftvoll und sportlich. Das ist dieser Hyundai. Dieses schnelle Auto ist aus dem Baujahr 2018 und ist 37.000 Kilometer gelaufen. Ein leistungsstarker Motor ermöglicht diesem Auto seine sportliche Leistung. In diesem sportlichen Hyundai finden Sie verschiedene komfortable Extras wie eine Klimaautomatik, Sportsitze und einen Bordcomputer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017